Moin zusammen, wir sind jetzt mittlerweile schon bei unserem dritten Vortrag der Reihe Making and Do It Yourself und heute wollen wir einmal einen Blickpunkt auf die jungen Makerinnen und Maker werfen. Die letzten Wochen ging es ja erstmal so darum, was bedeutet überhaupt so ein Makerspace, welcher Spirit steckt dahinter und welche Schritte muss ich aktiv ergreifen, um meinen eigenen Makerspace wirklich eröffnen zu können und was steckt rechtlich und ja, was steckt da eigentlich so dahinter und heute soll es dann tatsächlich darum gehen, warum ist es denn sinnvoll für junge Maker gerade ein FabLab zur Verfügung zu stellen oder ein Makerspace zur Verfügung zu stellen und mit den Kindern und Jugendlichen dann entsprechend auch Projekte umzusetzen. So, dafür gebe ich euch jetzt einmal meinen Bildschirm frei und wir starten direkt. Zunächst einmal die Frage, warum macht es denn Sinn, solche Workshops umzusetzen? Zum einen geht man hier direkt von der Theorie in die Praxis über, das heißt, das Wissen, was man in der Theorie vermittelt hat, kann dann direkt erprobt werden und wird so spielerisch direkt gelernt, was ein sehr intuitiver und guter Ansatz dabei ist. Das heißt, wir können das Wissen sehr spielerisch vermitteln. Außerdem eröffnet es noch einmal neue Blickwinkel, weil jeder weiß, wenn man etwas selbst gemacht hat, hat man einen ganz, ganz anderen Bezug dazu, wie wenn man es einfach kauft, dann geht es kaputt, dann schmeißt man das weg. Deswegen wird so dann auch nachhaltiges Denken gefördert. Es gibt zum Beispiel auch Projekte, dass man dann Fehldrucker aus dem 3D-Druck recyceln kann, um das Filament wiederzuverwenden. Man kann alte PET-Flaschen einschmelzen, um daraus dann neue Sachen zu kreieren und zu machen. Das Ganze regt natürlich auch die Kreativität und die Neugier an und soll das natürlich auch fördern. Und was man dabei sehr, sehr gut lernt, ist auch die Organisation von Projekten und Teamwork. Denn jeder, der weiß, ich habe irgendwie eine Idee, ich will XYZ bauen, ich habe hier zwar drei Maschinen und fünf Menschen, aber wie soll ich das umsetzen? Da in die Gruppenarbeit zu gehen und das einmal durchzuplanen und zu wissen, welchen Schritt muss ich zuerst machen, wenn ich das hier zeichne, wie funktioniert das? Dann auch direkt das iterative Lernen. Ich habe das jetzt zum Beispiel mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Das passt nicht, dann muss ich nochmal was ändern und das direkt wieder ausdrucken. Also das Feedback ist zum Glück direkt vorhanden. Was will man damit erreichen? Wir möchten begeistern, selbst machen, tüfteln, gestalten und produzieren. Hier auf dem Bild sieht man zum Beispiel ein Kunstwerk aus einem 3D-Stift. Das ist so eine Art manueller 3D-Drucker. Dort kann man das Filament, also den Plastikschlauch vom 3D-Drucker, auch einfach einführen und es wird dann aufgeschmolzen und kommt durch eine Spitze, die man dann ähnlich oder wie einen Stift benutzen kann, um dann dreidimensional Objekte zu malen, wie zum Beispiel hier dieses Fahrrad, was wir da sehen. Wenn man das jetzt im schulischen Alltag unterbringen möchte, ist der große Vorteil, dass es ein sehr fächerübergreifendes Wissen ist und man alles irgendwie miteinander kombinieren kann. Wir haben nämlich Wissen aus dem Bereich der Technik, wir haben Kunst, wir haben ganz, ganz viel Informatik, aber auch Physik und natürlich aus dem Bereich der Robotik einiges. Was bedeutet das jetzt für die Bereiche? Es wird das Wissen vermittelt, was sind moderne Fertigungsverfahren? Wie geht man mit einem 3D-Drucker um? Oder was bedeutet eigentlich ein Lasercutter? Und wie bekomme ich jetzt, wenn ich auf 2D irgendeine kleine Zeichnung male, wie kriege ich sie dann auf dem Lasercutter direkt ausgeschnitten oder eingraviert? Dann natürlich auch ganz, ganz groß der künstlerische Aspekt. Man kann Dinge selbst designen, man kann sie umsetzen und einfach selbst was erschaffen. Die Programmierung ist gerade aus informatischer Sicht sehr spielerisch erlernbar. So bin ich tatsächlich ursprünglich auch mal zum Programmieren gekommen. Wir haben, wenn wir an die Physik denken, auch sehr viel Mechanik. Es gibt zum Beispiel auch hier in Deutschland einen Lehrer, der mit seinen Schülern kleine Autos aus Mäusefallen baut und dann kleine Wettbewerbe macht, wer ist am schnellsten, wer kommt am weitesten und dann die verschiedenen Mechaniken umsetzt, um Kräfte umzuwandeln. Sowas ist in Amerika tatsächlich sehr, sehr häufig umgesetzt. Wir erinnern uns an die ganzen Serien, da stehen die Schüler mit irgendwelchen Vulkanen, die plubbern und halb explodieren. Sowas fehlt in Deutschland tatsächlich noch und mit so einem FabLab oder einer offenen Werkstatt kann man das mit in die Schulen holen und wirklich mal praktisch etwas schaffen. Dann kommt zu allem natürlich auch noch die Elektronik. Man kann sehr gut löten mit allen möglichen Altersgruppen und wenn dann am Ende die LED blinkt, hat man auch direkt was gesehen. Wo fängt man aber an, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe hier einen Laser Cutter und einen 3D Drucker beispielsweise und ich möchte jetzt ein Projekt finden, das ich dann mit meinen Schülerinnen und Schülern umsetzen kann. Da gibt es zum einen natürlich Schlagworte wie den Open Source Roboter, den man einfach mal in die Google, in die Suchmaschine seiner Wahl geben kann. Es gibt sehr, sehr gute Arduino Projekte, die zum Beispiel auch auf der Seite von Arduino selbst beschrieben sind, genauso wie für den Raspberry Pi. Die sind dann meistens etwas komplexer wie die für den Arduino und es gibt Seiten wie Thingiverse oder Instructables. Die Links habe ich dieses Mal ganz hinten in die Folie gepackt. Die findet ihr aber auch nochmal in der Videobeschreibung dann. Auf Thingiverse werden sehr, sehr viele Projekte veröffentlicht, die heruntergeladen und nachgebaut werden können und auf Instructables ist meistens die Dokumentation nochmal ein wenig ausgereifter, sodass man wirklich Step-for-Step alles nachbauen kann. Hier rechts in dem Bild sieht man zum Beispiel auch, das ist tatsächlich Theo. Das ist eine Theo-Jansen-Machine. Das ist auch ein Open-Source-Projekt unter der Creative Commons License, die damals in der Make-Zeitschrift veröffentlicht wurde. Den haben wir nachgebaut und es hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist dann auch schnell groß geworden. Wir haben das ganze Ding nämlich einmal im Großformat gebaut, aber das ist eine andere Geschichte. Was ist wichtig, um die Kreativität zu fördern? Zum einen sollte man den Einstieg möglichst leicht machen und am Anfang mit einer angeleiteten Umsetzung starten, aber ganz, ganz wichtig, danach auch Freiraum lassen, um eigene Kreativität zu ermöglichen. Ich fand das bei uns damals in der Schule ganz cool. Wir hatten im Informatikunterricht so Lego Mindstorms Baukits. Da haben wir dann auch mit angefangen, haben erst einmal die Aufgabe bekommen, ihr sollt einer Linie folgen. Hier habt ihr einen Infrarotsensor. Ich habe die Linie auf den Boden geklebt. Hier habt ihr ein Programm, wo ihr Blöcke hin und her ziehen könnt. Und jetzt baut einfach mal zusammen und legt los. Und dann haben wir alle diese Aufgabe gemacht, hatten eine kleine Challenge. Wer dann am schnellsten oder am besten dieser Linie gefolgt ist, hat eine Tüte Gummibärchen gekriegt. Und am Ende dieses Projektes ging es dann darum, überlegt euch doch mal eine eigene Aufgabenstellung, die ihr dann umsetzen könnt. Wir hatten dann tatsächlich gesagt, okay, wir möchten einen Labyrinth mit diesem Roboter lösen und haben uns dann selbstständig die Sensoren zusammengesteckt und das Ganze programmiert und dadurch sehr, sehr viel gelernt. Und das hat tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen erzähle ich auch heute noch von diesem Projekt. Gleich möchte ich euch einmal fertige Projekte zeigen, die man gut nachbauen kann oder die man sich zum Beispiel auch herunterladen kann. Aber erst einmal kleine Ideen ganz groß machen. Vor allem, wenn man einen Lasercutter hat, kann man sehr, sehr einfach eigene Zeichnungen zum Beispiel aus Holz ausschneiden oder in Acrylglas eingravieren und damit sehr, sehr schöne Effekte erzeugen. Da es ja mittlerweile auf Weihnachten zugeht, habe ich auch einfach ein paar Projekte unserer, also vom letzten Jahr aus der Weihnachts- oder Adventszeit rausgesucht. Wie hier links oben in dem Bild, Weihnachtsschmuck kann man zum Beispiel, ja, sehr, sehr einfach und simpel mit dem Lasercutter umsetzen. Hier in der Mitte sieht man einen Adventskranz, den habe ich tatsächlich letztes Jahr für uns gemacht, ist auch ein, ja, Lasercutter-Projekt, ist einmal in 2D gezeichnet, ausgeschnitten, zusammengesteckt, fertig. Hier sieht man eine Lampe, die auch mit Acrylglas beleuchtet ist und mit dem Lasercutter hier entsprechend ausgeschnitten. Was auch noch geht, ist hier zum Beispiel rechts der, in dem Textilbereich, wenn man dann einen Folienschneider hat und zum Beispiel eine Heatpress, kann man eigene Kreationen auch auf Kleidung bringen und die dann selbst und stolz tragen. Hier unten sieht man dann auch nochmal ein kleines LED-Schild. Das haben wir auf einer Maker Faire gemacht. Dort gab es einen Workshop, wo man diese Schilder als Kit bekommen hat. Dann hat man gezeigt bekommen, wie löte ich das zusammen, wie programmiere ich das am Ende und dann konnte man seine eigene kleine Schrift dort anzeigen lassen und vor allem dieser Stand war sehr, sehr gut besucht, gerade von den jüngeren Besuchern der Messe. Bei den Open-Source-Projekten stellt sich natürlich immer die Frage, kaufe ich mir den fertigen Bausatz oder benutze ich die offene Anleitung und kaufe mir die Bauteile sozusagen selbst. Hier gibt es natürlich für beide Arten Vor- und Nachteile. Wenn ich komplett alle Bauteile selbst zusammensuche, dauert das natürlich ein bisschen länger. Dafür komme ich unterm Schnitt vermutlich etwas günstiger raus, aber das kommt natürlich auch auf die Bauteile an, die man dann am Ende verwendet. Der fertige Bausatz bietet natürlich den Vorteil, dass das Rundum-Sorglos-Paket meistens mitgeliefert wird. Man kann dann zum Beispiel wählen, ob die 3D-Druckteile schon direkt mitgeliefert werden oder ob man nur die Motoren und den Microcontroller etc. mitbestellen möchte, aber das muss man dann logischerweise für sich selbst entscheiden, wie viel Lust, Erfahrung und Zeit und Geld da natürlich auch vorhanden ist. Wir gehen jetzt gleich einmal durch die verschiedenen Webseiten von kleinen Projekten, die ich für euch rausgesucht habe, die man gut mit Makerinnen und Makern umsetzen kann. Deswegen hier erst einmal eine kurze Übersicht und dann gehen wir direkt auf die Webseiten. Es gibt sehr viele kleine primitive Roboter, die in ein bis zwei Stunden zusammengebaut sind und dann frei programmiert werden können. Es gibt natürlich komplexere Roboter, die dann schon ein größeres Projekt darstellen, wie Hexapod-Roboter oder zum Beispiel einen Arduino-Zeichen-Roboter, den ich euch gleich zeige. Dann gibt es sehr, sehr viele Roboterarme, die man mit Laser-Cutter, 3D-Drucker und Co. fertigen kann und dann auch frei programmieren kann. Und es gibt auch ganze humanoide Roboter, wie zum Beispiel ein Modell von Poppy oder Inmove, die Open Source zur Verfügung stehen mit Anleitung, die man dann komplett einmal nachbauen kann. Wenn man jetzt im Rahmen einer Schule zum Beispiel einen Kurse anbieten möchte, haben wir als großes Beispiel immer das FabLab München, da sie einen sehr großen Fokus auf gerade die jüngere Generation haben. Sie haben die eigene Website FabLab Kits, wo sie verschiedene Angebote entsprechend zur Verfügung stellen. So, hier auf dieser Seite sind nochmal alle Links gemeinsam, aber wir gehen jetzt direkt auf die verschiedenen Webseiten. Fangen wir mit den einfachen Robotern an. Hier ist zum Beispiel, da braucht man auch tatsächlich gar nicht so viel an Hightech-Maschinen. Ein kleiner Roboter, der laufen und tanzen kann. Der befindet sich aktuell auf oder gerade auf der Seite Instructables, dann kann ich euch das auch direkt einmal zeigen. Man sieht hier meistens erstmal ein Vorschaubild und dann eine Liste der Bauteile, die man braucht mit geschätzten Kosten, wie viel das dann am Ende wird und welche Werkzeuge man dafür braucht. Hier zum Beispiel Heißklebepistole, ein Cuttermesser. Das ist dann natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Und dann geht es auch los. Dann wird hier Schritt für Schritt erklärt, wie man dieses Teil dann zusammenbaut, sodass am Ende das fertige Projekt, was man sich ausgesucht hat, eben rauskommt. Hier gibt es dann zum Beispiel oder häufig auch verschiedene Programmierbeispiele, die man einfach reinladen kann. Aber in sehr, sehr vielen gibt es dann auch Bibliotheken, die bereitgestellt werden, sodass man nur einfache Funktionen ausführen muss, um den Roboter zum Beispiel tanzen zu lassen. Sehr, sehr beliebt sind auch diese kleinen Kerlchen hier. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier sehen wir einmal Bob, der ist auch komplett Open Source auf Instructables zur Verfügung gestellt. Ist ähnlich wie die andere Anleitung sehr detailliert beschrieben, sodass man das eigentlich sehr, sehr schön und einfach nachbauen kann. Es gibt ein sehr beliebtes Projekt, was gerade Makerspaces gerne mit Schülerinnen und Schülern umsetzen. Und zwar ist das der Otto-Roboter. Der ist jetzt sehr ähnlich zu Bob, nur dass hier dieses Rundum-Sorglos-Paket direkt schon mit dabei ist. Man kann beispielsweise die Kits direkt kaufen, aber man muss das auch nicht tun. Also alle Dateien für diesen Roboter sind auch frei verfügbar, können über GitHub heruntergeladen werden. Wenn wir hier sehen, es gibt verschiedene Beispiele, wie man diesen Roboter aufbauen kann. Hier zum Beispiel aus dem 3D-Drucker, einmal mit Füßen, einmal mit Rädern oder hier eben aus dem Laser-Cutter, um ihn zusammenzustecken. Die Technik dahinter ist, meine ich, immer die gleiche. Vielleicht bei dem hier etwas anders, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und der große Vorteil ist, dass es sehr, sehr schnell gebaut und auch sehr, sehr schnell programmiert werden kann. Hier als Druckzeit geben Sie beispielsweise eine Druckzeit unter fünf Stunden an und das Zusammenbauen dauert unter einer Stunde. Und das ganz Schöne ist, dass es eine Programmierschnittstelle gibt. Die zeige ich euch auch gleich einmal. Entweder schon vorgefertigt über die App, dann kann man den Roboter lustig bewegen lassen. Oder wenn man etwas freier programmieren möchte, gibt es Anleitungen, wie man das zum Beispiel grafisch programmieren kann. Hier gibt es auch sehr, sehr viele YouTube-Videos, die man sich anschauen kann, um verschiedene Projekte mit diesem Roboter umzusetzen. Ja, kann man sich dann entscheiden, ob man ihn komplett selbst bauen möchte, ob man dort ein fertiges Kit kauft, inwieweit man da selbst aktiv wird. Okay, kommen wir zu den etwas komplexeren Robotern. Hier haben wir zum Beispiel einen Roboterarm. Das ist von der französischen Seite Poppy. Die haben sehr viele Open-Source-Roboter zur Verfügung gestellt, die sie auch explizit für Lehre und Digital Science eben zur Verfügung stellen. Was man sagen muss, viele dieser Anleitungen sind leider nur in Französisch verfügbar, aber so um die Grundlagen zu verstehen. Das ist auch alles in Englisch zu finden. Es gibt zum Beispiel hier ein komplettes Booklet, also ein PDF, über das man, also wo sie alles dokumentiert haben. Allerdings ist das, wie man hier sieht, nur in Französisch zur Verfügung. Hat aber auch sehr, sehr viele Bilder. Wenn ich jetzt hier ein bisschen mal runterscrolle, sieht man beispielsweise auch, wie einfach man den dann blockweise und grafisch programmieren kann. Genau, wie das Ganze am Ende aussieht. Das hier ist zum Beispiel einmal dieser Roboterarm. Ich hoffe, es läuft einigermaßen flüssig. Ansonsten schaut euch das auch gerne einmal selbst an. Den kann man frei programmieren, über Snap beispielsweise. Aber es gibt auch sehr viele Schnittstellen, über die man arbeiten kann. In unserer Schule haben wir damals zum Beispiel Java gelernt. Da gibt es hier auch eine entsprechende Schnittstelle, mit der man arbeiten kann. Oder was auch sehr beliebt ist, natürlich Matlab. Man kann auch einfach über HTTP Anfragen versenden. Und was, denke ich, für Anfänger und vor allem für Programmierneulinge ganz gut ist, ist das Snap. Das ist eine grafische Programmieroberfläche. Und für dieses Snap wurde entsprechend extra ein Plugin oder eine Bibliothek geschrieben. Hier sehen wir zum Beispiel ScratchX. Und wenn wir uns die Seite einmal anschauen, finden wir verschiedene Videos, die man sich auch als Tutorial erst einmal anschauen kann. Und sehr, sehr cool vorgefertigte Blöcke, die man sich dann direkt zusammenstecken kann, um zum Beispiel den Roboter tanzen zu lassen, nach vorne laufen zu, ja gut, den jetzt nicht laufen, was greifen zu lassen oder nach rechts schwenken zu lassen. Natürlich auch alles mit einer Anleitung, wie man das Ganze zusammenbaut. Sodass man hier schon sehr, ja, eine gute Übersicht von Anfang an bekommt. Hier ist einmal der Blick ins GitHub Repository. Wie gesagt, die Links sind alle zur Verfügung, wenn ihr Interesse habt, das zu bauen. Hier kann man sich zum Beispiel die STL-Dateien, also die 3D-Dateien von diesem Roboterarm herunterladen oder auch die Laser-Cutting-Teile, also die Teile, die aus einem Laser-Cutter gefertigt werden. Und entsprechend auch einige, ach, das ist in dem Software-Plot, einige Beispielprogramme, die man laden kann. Okay, gehen wir weiter. Hier ist zum Beispiel auch wieder auf Instructables ein Roboter, der mit einem Arduino, also einem kleinen Mikrocontroller gesteuert wird und der direkt, ja, zeichnen kann und hier sehr, sehr kreative Kunstwerke erschaffen kann. Ich fand das Projekt tatsächlich ganz cool, weil es ein bisschen größer ist und auch von der Komplexität natürlich ein bisschen umfangreicher ist als jetzt der kleine Dance-Roboter zum Beispiel. Das Schöne ist, die ganzen Konstruktionsdateien sind zum Beispiel auch frei zur Verfügung. Bei Otto übrigens auch. Die sind mit Tinkercut, das ist auch von Autodesk bereitgestellt, sodass man diese tanzenden Roboter auch frei anpassen und individualisieren kann, wenn man das möchte. Ja, hier auch eine sehr, sehr schöne Anleitung. Selbst habe ich ihn leider noch nicht gebaut, aber es gibt sehr, sehr viele gute Erfahrungsberichte, dass das auch wirklich so funktioniert. Was wir schon gebaut haben, ist dieser kleine Hexapod-Roboter. Den gibt es zum Beispiel auch als Kit zum Kaufen oder entsprechend zum Herunterladen, zum Nachbauen. Es gibt sehr, sehr viele dieser Spinnenroboter im Internet verfügbar. Das ist jetzt einer, der in der Kit-Version, also in der gekauften Version auch direkt mit einem grafischen Programmierinterface daherkommt und daher auch für Kinder sehr einfach und intuitiv erlernbar zu programmieren ist. Ich habe hier, es ist leider ein bisschen verpixelt, unseren kleinen Hexapod einmal, ja okay, es ist wirklich sehr verpixelt, einmal gezeigt. Wir haben einen Riesen-Controller gebaut, über den der dann gesteuert werden kann, für Messen zum Beispiel. Und ja, ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne, weil er einfach sehr niedlich ist. So, weitere Hexapoden zum Beispiel gibt es hier von der Firma Arcbotics. Dort sehen wir links auch einen einfachen Lernroboter oder rechts eben den Hexi, der auch Open-Source zur Verfügung steht. Ist jetzt ähnlich wie der Vorpal. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja da einfach einmal vorbeischauen, welcher Hexapod jetzt für euch in Frage kommt, die arbeiten beide oder eigentlich so gut wie alle, die ich gefunden habe, über Servomotoren, die hier in den Beinen untergebracht werden und dadurch auch sehr, sehr leicht wartbar sind und alle haben eigentlich hier so einen Ultraschallsensor obendrauf, sodass auch die Entfernung mitbekommen, also dass er weiß, wo er sich denn wirklich befindet. Gut, kommen wir zu den ganz, ganz schwierigen Robotern, nämlich den Humanoiden. Hier muss ich sagen, dass ich tatsächlich sehr viele französische Seiten gefunden habe. Das eine ist hier wieder die Poppy-Seite. Die haben nämlich einen kompletten Humanoiden, 3D-gedruckten Roboter Open-Source zur Verfügung gestellt. Hier gibt es auch eine komplette Anleitung im GitHub, wie man den zusammenbaut, welche Bauteile man braucht. Man kann hier zum Beispiel auch nur den Torso aus verschiedenen Servomotoren zusammenschrauben und man kann auch direkt das komplett sorglos Paket kaufen und diesen ganzen Roboter sich hinstellen, wenn man ihn nur programmieren möchte. Kostet dann natürlich ein bisschen Geld. Man kann ihn aber auch einfach nachbauen und sich die Motoren selbst besorgen. Zu guter Letzt noch ein weiterer humanoider Roboter, der komplett Open-Source und unter der Creative Commons License mit Namensnennung im Internet zur Verfügung steht. Das ist der InMove. Der wurde von Gaël Lajoie, einem französischen Designer, komplett entworfen und ja, entsprechend hochgeladen. Genau, hier sieht man ihn. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Ich persönlich baue gerade auch mit einer Gruppe diesen Roboter nach. Wir sind jetzt seit zwei Jahren dabei und immer noch nicht ganz zufrieden, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten bei uns in der Gruppe auch tatsächlich Erstsemester, die in die Gruppe gekommen sind und gesagt haben, hey, das ist ja cool, dass ihr den hier baut. Wir haben in der Schule zum Beispiel schon mal diesen Arm gebaut und haben in diesen Arm eine kleine Sprachsteuerung mit eingearbeitet, sodass sich die Hand zum Beispiel schließen und öffnen kann. Das hatten sie in Form einer AG beispielsweise gemacht und dann einzelne Teile dieses Roboters gebaut und entsprechend damit schon Erfahrungen mit 3D-Druckprogrammierung, auch schon mit ja, neuronalen Netzen und einer Spracherkennung haben sie schon sehr, 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 sehr viel gemacht. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, braucht aber in jedem Fall Zeit. Auch hier, man muss keine Kits kaufen, um es wirklich bauen zu können. Man kann sich hier in der Galerie alle STL-Dateien herunterladen und es gibt auch Anleitungen, wie man das Ganze dann am Ende zusammenbaut. Man kann sich aber auch rundum sorglos Pakete kaufen, wo dann alle 3D-gedruckten Teile schon kommen. Okay, schauen wir noch mal auf die verschiedenen Kurse von dem FabLab München. Ich hatte ja in einem letzten Talk, wo es um den Aufbau von Makerspaces geht, schon mal erzählt, dass wir aktuell dabei sind, unseren Fokus auch auf junge Makerinnen und Maker auszuweiten. und da ist München tatsächlich ein sehr, sehr gutes Vorbild für uns, denn die machen das schon sehr lange und bieten sehr viele Workshops für diese Zielgruppe an. Daher lohnt es sich dort, wenn ihr sowas auch machen möchtet, einmal vorbeizuschauen oder wie letztes Mal schon erwähnt, Fragen, 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 schreibt sie einfach an. Es ist ein FabLab. Wir sind eigentlich sehr offen, was den Wissensaustausch und Erfahrungsaustausch angeht. Hier gibt es ja zum Beispiel auch, hier habe ich das gar nicht gesehen, die Lego Mindstorms Set zur Verfügung. Sie bieten verschiedene Ferienkurse an, die tatsächlich unterschiedlich viel kosten, weil einige gefördert sind und andere anscheinend nicht gefördert. Wie das genau ist, müsstet ihr allerdings in München einmal selbst nachfragen, weil ich leider noch nicht dort war. Aber wenn man sich hier mal anschaut, es gibt sehr viel Robotik und Programmierung. Es geht auch um Design virtuell. Ich hatte eben im Chat einmal gesehen, dass jemand AR- und VR-Entwicklung mit Kindern machen möchte. Hier tatsächlich auch ein sehr interessantes Programm. Die modellieren Minecraft-Figuren und Blöcke und drucken sie dann entsprechend aus. Genau, hier sind die Lego Mindstorms Set, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und hier zum Beispiel geht auch immer ganz gut, das haben wir tatsächlich auch schon mal gemacht, sind einfach kleine Mini- Roboter, die mit einem Vibrationsmodul versehen sind und sich dann etwas chaotisch durch die Gegend bewegen können. Das hatten wir hier auch im Rahmen des Healthcare-Hackertons in Kiel gemacht. Da sieht man, es ist einfach ein Vibrationsmodul mit einer Batterie, kann dann von den Kindern individuell gestaltet werden, also irgendwelche Pfeifenputzer dran oder bunt angemalt. Und dann kann man zum Beispiel Schneckenrennen veranstalten oder sonstige lustige Geschichten machen. Genau, hier sind zum Beispiel auch noch mal die Lötkurse für Kinder und es gibt tatsächlich auch Kindergeburtstage, die man sich dann buchen kann. Und gerade für Schulen gibt es auch Programme, dass das FabLab in die Schule kommt, dass man als Klasse ins FabLab kommen kann. Also da wirklich verschiedene Angebote, die man am Ende nutzen kann. Letztes Mal kam auch die Frage auf, wie ist das denn versicherungstechnisch, wenn ich jetzt mit meiner Schulklasse in ein FabLab gehe? Wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt da einfach nach. Die haben Erfahrung, die machen das und sind sicher bereit, euch da weiterzuhelfen. Gut, dann würde ich noch einmal durch die verschiedenen Projektseiten gehen, aber dann bin ich auch schon fertig mit meiner langen, langen Linkliste. Hier sehen wir zum Beispiel einmal Thingiverse. Hier sind verschiedene Projekte auch von Leuten zur Verfügung gestellt worden, die man einfach nachdrucken, nachbauen, umgestalten etc. kann. Hier sind meistens die Open Source Creative Commons Lizenzen dahinter. Schaut aber am besten bei jedem Projekt einzeln nochmal nach, weil man auch andere Sachen einstellen kann. Dann auf dieser Seite waren wir schon Instructables. Hier sieht man zum Beispiel auch wieder den Painting Robot. Gibt es sehr viele Projekte. Wenn ihr keine Idee habt, was ihr umsetzen wollt, geht da einfach mal rauf. Es gibt auch einen Hashtag extra für Young Makers oder Kids, heißt glaube ich der Hashtag auf dieser Seite. Hier zum Beispiel kann man direkt auf Teachers gehen. Schaut euch das mal an. Es lohnt sich in jedem Fall. Wenn ihr Richtung Programmierung gehen wollt, lohnt sich auch die Seite, die Projektseite von Arduino selbst. Jeder von euch kennt das vermutlich. Der Arduino ist ein kleiner Mikrocontroller, der sehr einfach über eine eigene I.O. programmiert werden kann. Und hier sind dann entsprechend einige Projekte, die damit umgesetzt werden können, damit man auch wirklich dann am Ende die LED blinken sieht. Das Ganze dann auch noch einmal mit Raspberry Pi. Hier gibt es auch verschiedene Projekte. Die sind dann natürlich etwas umfangreicher, wie jetzt die Arduino-Projekte. Hier kommt es immer darauf an, welchen Fokus ihr haben möchtet. Und ja, dann bin ich durch mit meiner Linkliste. Bin gespannt auf eure Fragen und bedanke mich für eure Zeit. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.